na komm jetzt ich habe ich gar keine lust mehr schlafe gleich ein bän bän herzen krieg ich nicht krieg ich nicht da krieg ich sie diesmal was ist mit dir los so vielleicht noch ein weißes herz so dann kann ich das weiße herz dann auf alle fälle schon mal mitnehmen zum boss noch nicht jetzt automat also lang kann es doch jetzt wirklich nicht mehr dauern bis ich hier das blatt weg bekommen wahrscheinlich ist es dann das andere blatt weg kennen mich doch wo du gibst mir gleich noch ein weißes herz dann bin ich auch zufrieden nur nicht das weiße einsammeln gibt doch jetzt kann ich jetzt dann gleich mit items zuschmeißen klar okay jetzt ist es vorbei zocken wir noch einmal bei ihm vielleicht kriegen wir noch herzen hier ne ok abflug 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 moment ich könnte das zeug noch sprengen nur nicht spenden und die hatten wir noch nicht boys of steel oh yeah ja wobei ich ja doch sagen muss es hat sich in gewisser weise gelohnt ne ich liebe kane und seinen seinen pillen drang das ist so richtig schön so gucken wir mal welchen post das bekommen das wird jetzt interessant so das herz mitnehmen rein da oh nee nicht piep die muss ich ein bisschen anzünden mit meiner kerze nein ich kann einfach abhauen oh der hat gesessen die krone auch gebt mir doch was damage mäßiges 82 bomben so da war ich schon drin ja da gab es das relic weiter geht's so neuherz container dann werden wir doch gerne mal so in richtung shop gehen euch hasse ich ja wie die pest ne meins die map und den kompass zu haben das ist doch schon mal richtig nice ne so die frage ist natürlich wo ist zweiter geheimraum wir haben 82 bomben wir ballern hier alles weg wir ballern hier alles weg so hier ist wieder ein raum wo ich mir denke ist schon gut ach ja ich liebe die kerze so dann könnte er hier noch sein deshalb bin ich ja überhaupt erst hier rein nein isaac sei es no so au blaze du bist so doof wa ähm was mache ich hier gerade nur mist so hier kann er auch nicht sein moment moment da war ein blauer stein da war ein blauer stein da war ein blauer stein habe ich ganz genau gesehen perfekt oh blut blut spendeautomat hm hm ne ne graue kiste möchte ich nicht haben magneto ok oh das habe ich sogar auch noch richtig in erinnerung also ich sage ich sage euch eins ne ähm isaac packen wir im moment so nicht ne yes oh der bettler oh bettler oder wahrsage maschine hm erstmal geheim raum gucken und dann entscheiden oh daneben gekerzet schon wieder daneben so kiste geld 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 oh ne no haha scheiße ja nicht treffen lassen kein geld verlieren kein geld verlieren nur geld mitnehmen scheiße nicht getroffen jetzt aber geld hm bin zu gierig so äh wir haben 23 Münze dann werden wir es so machen wir werden hier vorab noch äh weiter erkunden ach ihr 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 könnt mehr nix da war ja was ich könnte mir im prinzip nur die weißen fliegen ja was und die explosiven die zum schluss raus kommen oh oh möchte ich da rein möchte ich da rein ach kommt ein seelenherz das ging umsonst weg nein 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 erwischt erwischt da hätten wir doch noch eine münze noch ein bettler ach kommt wollt ihr mich hier trollen oder wie hier friends till the end nehmen wir äh ja ok dann fangen wir mal mit ihm hier an vielleicht ist er großzügig und gibt uns relativ schnell was ja ok hält's ab ab zum nächsten bettler und vielleicht bleibt dann ja was äh noch was für die wahrsage maschine übrig aber nur vielleicht ähm moment ich könnte mir hier gleich ein herz mitnehmen na möchtest du mir auch wieder eine große bombe schenken oder ein item eine karte wheel of fortune nein das wollte ich doch nicht aber ich habe eine pretty fly bekommen und und damage upgrade ok perfekt es läuft gut es läuft gut dann quellen wir dich auch noch mal ein bisschen für ein paar seelenherze oder ein schönes trinket was bist denn du the emperor oder flat penny wenn noch mehr schlüssel ne mom's pearl make his faith temperance die blutbank the tower ne ne das hatte ich so moment das lagen ja noch ein paar herzen rum noch mehr karten pinkie eye ab und zu gift schaden isaac's head achso keine kohle mehr hm mhm so seelenherz boah so viele karten ne oh 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 curved horns gucken wir mal ob ich die bekomme oder cancer cancer wäre natürlich auch nicer wir haben ja gerade ein damage upgrade bekommen so jetzt habe ich hier mom's pearl das finde ich finde ich jetzt irgendwie uncool ich möchte gern cancer haben feld so vielleicht penny telepils so wartet mal nein 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 kann ich das zeug nicht ein bisschen auseinander sprengen Irgendwie rutscht das immer mehr zusammen, ne? Oh ne, warum tue ich das, ne? Das war jetzt Kacker. Also Cancer will ich auf alle Fälle behalten. Und was hätten wir jetzt hier noch an Karten? Das ist ein Tower. Komm, dann machen wir ganz einfach mal so. So, hier wieder aufmachen bei 78 Bomben. Ist mir das sowas von egal. The Hermit bringt mich in den Shop. The Magican. The Emperor. Und dann noch Cancer. So, so will ich das haben. So, ich hätte zwar den Automaten noch in die Luft jagen können, aber... Ne, no need. Boah, ich bin ja schon wieder bei 42 Minuten, ne? Tja. Die Zeit bei Isaac vergeht immer so schnell. Oh, sie fallen. Okay. Razor Blade, ne. Ne, 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 ne. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, wenn ich hier was... Oh Gott. Krampus. Damage Upgrade. So. Das ging ja diesem Mal relativ gut so. Und ich bekomme noch ein HP Upgrade. Habe ein Damage Upgrade bekommen. Was will ich im Moment eigentlich mehr, ne? So, ähm... Ich möchte auf alle Fälle in den Geheimraum. Für sechs Münzen. Dann würde ich eigentlich noch gerne in den Shop kurz mal reingucken. Oh, das lief. Das lief gut. Das lief gut. Und ich habe, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich schon wieder irgendwo einen blauen Stein, seit wir zocken... Oh Gott. The Habit. The Habit wäre nice. Aber... Aber... Ich habe, ich habe im Moment nichts Passendes. Ich habe im Moment nichts Passendes dazu. Okay. Ab in den Itemraum. Oh, den, den habe ich voll übersehen. Ha. Ha. Hallo? Blauer Stein? Und ich würde die... Range Upgrade. Und ich würde die Kerze auch wirklich ungerne da lassen. Oh Gott. Ich noob. Noob. Noob, 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 noob. Ich würde mich ja von den einfachsten Gegnern treffen. Lard. Klar, ich würde Herzen bekommen, aber das Ding macht mich so elend langsam. Normalerweise würde ich das Ding mitnehmen, aber nicht heute. Nicht heute. So. Okay, haben wir. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, Trollbombe. Aber alles im Moment noch kein Problem. Alles kein Problem. So, ist hier noch irgendwas in der Kacke drin? Bringen wir die Kacke zum Dampfen, ja? Ach komm, hier. Hi Mom. Ach du Schande. Ich verliere hier viel zu viele Herzen. So, wir brauchen das Polaroid. Es ist echt schade, dass ich Cancer da lassen muss, ne? So, hier so ein HP Upgrade. Aber wenn ihr euch das mal anguckt, ne? Da ist schon ein schöner Unterschied dabei, aber naja. Wir wollen ja schließlich auch wieder Isaac bzw. das Blue Baby besiegen. Habe ich eigentlich meine Emperor Karte noch dabei? Habe ich, so. Oh, ist das angenehm hier mit Map, Kompass und der Kerze. So. Was hätten wir denn hier Schönes? Äh, nee. Nee. 98-0. So. Mein Tsu! Ku-ka-ka-ka. Ku-ka-ka-ka. Ku-ka. Ku-ka-ka. Ku-ka-ka-ka-ka. Es läuft nicht schlecht. Karte? The Chariot. Nee. Die Karotte möchte ich nicht haben. Oh nö, nicht der Tod. Der Tod ist... Und ich treffe natürlich mal nicht. Aber genau deshalb ist es so eklig. Oh ja. Nervt auch ein bisschen. Dankeschön. Cube of Meat für mich. So, was hätten wir denn da hinten, ne? Scary und Goopie's Head. Nee, ich kann schon fliegen. Ich kann schon fliegen. Scary hatte zwar auch noch, kann das sein, Spectral Tears mit dabei. Aber, mhm. Es lohnt nicht. Okay, Geheimraum. Bäh, Plastozist. Lass mich aber auch gerade hier von den Mops runterkloppen. Na komm her. Ich hab was Schönes für dich. Und für dich auch. Bäh. Münze. So, Greed oder so? Na, was? Naja, drei Münze. Hat sich für den Schaden, den ich hier bekommen hab, nicht wirklich gelohnt. Puh. Die Augen sind immer am schleckigsten. Äh, weißt du was? Hier. Und du stirbst. Okay. Oh. Seelenherzen. Nee, nicht Charles Hart. Lucky Toe. Was bist du denn? Two of Diamonds. Zack. Nee, 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 nee. Das schon behalten. Sehr wichtig. Full Health. Und dann nehm ich mir die mit. Ich hab ja die Map, ne. Von daher ist es kein Problem nicht. So. Dankeschön. Ja. So, ab nach unten. Ach, schon wieder. Oh, ihr seid so lästig. Nein, daneben. Es war so klar. Oh, nee. Nicht Gertie Junior. Ich hasse dich doch so sehr. Nächsten. Nächsten ist hier ein bisschen was. Aua. Was im Weg, wollte ich gerade sagen. Sodass er mich nicht treffen kann. Aber er trifft mich dennoch. Okay. It lives. Ach ja, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. So. So. Oh. Warum muss es ausgerechnet Monstro sein? So, gefällt mir das. Na komm. Na komm. Was hab ich jetzt gerade bekommen? Hm. Irgendwie hab ich hier nen Sound, ne? So. Auf zu Isaac. Der hält aber auch aus. Goldener Schlüssel. Okay. Oh. Keine Gegner. Oh. Hallo Daddy. Nein. 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 Und tschüss Daddy. Oh, der Headless Horseman. Ja. Dankeschön, dass du mir den ganzen Weg freigeräumt hast. Dann hab ich ein bisschen leichteres Spiel gegen dich. Okay. Noch zwei Räume. Och, schon wieder Daddy. Oh. Warum war ich in dem noch nicht drin? Aua. Uncool. Brauch ich zwar nicht mehr, aber ich nehm's trotzdem mit. Ich krieg die Fliegen nicht kaputt. Eine hätten wir. So, auf zu Isaac. Kane vs. Isaac. So. Heute mal wieder hier Kerzentaktik. Ja, so ein bisschen Schaden ist nicht schlimm. Heini fragen. Mhhh. Uhhhh. Na komm schon. Unspection. So. Ich muss ja wirklich sagen, für den ersten Run nach so langer Zeit lief es echt nicht schlecht, bisher. Ja, PhD. Wie gut, dass ich PhD brauche, ne? Priss doch die Bomben. Hm, wecker. So, komm her. Geh doch drauf jetzt. So, das gefällt mir. Das geht auch noch. Kerze und Bomben einsetzen. Das ist Multitasking. Nicht zu alt für. So. Oh, nee. Ja. Oh, Gott. Ich muss erst ihn hier killen. Er nervt mit seinen Bomben. So. Jetzt kümmert mich um dich hier. Oh, Gott. Ey. Ey, ey, hier. Meine Kerze. Das Messer. Ach, komm. Mom's Knife. Step, step, step. Wie gut, dass ich ihn mit dem treffe, ne? So, auf zum Blue Baby. Keen versus Blue Baby. Und ich hab immer meine Full-Health-Pille. Das heißt, wir bleiben hier einfach stehen, rammen ihm das Messer und die Kerze rein und gut ist. Und nur so ein bisschen auch meine, was richtig angenehm ist, das mit den Fliegen, ne? Das ist eine Kombo. Das ist eine Kombo. Ja. Beinahe. Kane's Eye has appeared in the basement. Hatten wir, glaube ich, nicht schon zehnmal oder so? So, ab in die Kiste. So. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von The Binding of Isaac.